Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren Video von mir und ich wurde in letzter Zeit recht häufig gefragt, wo man denn die verschiedenen Exos herbekommt und ich habe mir gedacht, deswegen mache ich euch heute einfach mal ein Video darüber, wie man beispielsweise die Coyote-Maske farmen kann. Wenn ihr schon immer die Möglichkeit haben wolltet, einen Build oder Guide ganz in Ruhe nachzulesen, dann habe ich einen Tipp für euch. Spiellexikon. Auf Spiellexikon findet ihr nicht nur Inhalte zu The Division, sondern auch zu unzähligen anderen Spielen. Zudem wird die Auswahl ständig erweitert, sodass für euch ganz sicherlich auch das Richtige dabei ist. Ich habe hier selbst vor kurzem mein Build zum Dilemma Set hochgeladen und so könnt ihr alles bis ins Detail nachlesen. Natürlich gibt es auch jede Menge Bilder und ich gehe auf jeden Aspekt des Builds ausführlich ein. Zudem werde ich in den nächsten Tagen noch einen weiteren Bild hier hochladen, also schaut auf jeden Fall Beispiellexikon rein, bleibt auf den Laufenden. Einen Link findet ihr natürlich unter dem Video in der Videobeschreibung. Ganz klar, ihr bekommt die Coyote-Maske aus den verschiedensten Quellen, zum Beispiel Exokisten wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, in der Season konnte man die Maske auch schon bekommen. Ich werde euch aber heute eine Möglichkeit zeigen, wie ihr die Maske aktiv farmen könnt. Und als erstes, bevor wir uns anschauen, wie ihr die Maske farmen könnt, schauen wir uns mal an, warum denn die Maske überhaupt so begehrt ist. Ich habe euch hier mal mein Equipment aufgerufen. Ihr seht hier oben im Kernattribut, da gibt es schon mal ganz klar Waffenschaden und dann haben wir hier ein weiteres Attribut. Und zwar haben wir hier kritische Treffer Chance und wir haben dann nochmal kritische Treffer Schaden. Unten die Mod, die ist jetzt nicht so wichtig, ist eine rote Mod. In meinem Fall ist da jetzt nochmal kritische Treffer Schaden drauf. Und was es uns natürlich besonders ankommt, ist hier unten auch das Talent. Das ist klar, hier oben die Werte, die sprechen schon dafür, dass das Ganze hier auf jeden Fall eine Maske ist für einen Damage-Dealer. Und dann haben wir hier natürlich das Talent, das nennt sich Rudelinstinkte. Rudelinstinkte, sie und alle Verbündeten, erhalten einen Bonus, der auf der Entfernung des zuletzt getroffenen Gegners beruht. Was bedeutet das? Ganz einfach, ihr schießt natürlich auf Gegner und die sind eine bestimmte Distanz von euch entfernt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Gegner schießt, der 0 bis 15 Meter entfernt ist, dann bekommt ihr plus 25 Prozent kritische Treffer Schaden. Wenn ihr auf einen Gegner schießt, der zum Beispiel 15 bis 25 Meter weg ist, dann bekommt ihr plus 10 Prozent kritischen Treffer Schaden und plus 10 Prozent kritische Treffer Chance. Wenn ihr auf einen Gegner schießt, der über 25 Meter entfernt ist, dann bekommt ihr 25 Prozent kritische Treffer Chance. Und das ist wirklich enorm, was man hier rausholen kann aus der Maske. Denn es ist vor allem auch so, wenn ihr in einem Team spielt und drei eurer Teammates tragen die Maske, dann kann wirklich jeder dieser Boni greifen. Das heißt also 0 bis 15 Meter, 15 bis 25 Metern und dann natürlich über 25 Metern. Was nicht geht, ist wenn jetzt zum Beispiel zwei eurer Teammates auf ein gleiches Ziel schießen, das beispielsweise 0 bis 15 Meter weg ist, dann ist es nicht so, dass der Wert aufgerechnet wird, sondern es geht wirklich nur darum, wenn dann eben die Teammates auf 0 bis 15 schießen, der nächste auf 15 bis 25 und der dritte dann eben über 25, dann kann man wirklich alle drei Boni bekommen. Noch eine Kleinigkeit am Rande, falls ihr euch fragt, was für ein Bild das ist, was ich hier im Gameplay spiele, das ist im Übrigen mein Dilemma Set. Und jetzt gehen wir zurück zur Maske und wie ich schon gesagt habe, klar, ihr könnt die Maske auch aus Exokisten bekommen oder eben in der Season gab sie, glaube ich, auch schon. Ich möchte euch aber, wie gesagt, in dem Video zeigen, wie ihr die Maske aktiv farmen könnt. Und ich rufe jetzt an der Stelle mal die Map auf und ihr seht, ich bin hier auf der rechten Seite im Jefferson Trade Center. Und es ist ganz wichtig, wenn ihr die Maske aktiv farmen wollt, dann geht auf jeden Fall ins Jefferson Trade Center. Eine weitere Sache ist wichtig, schaut zu, dass es im Jefferson Trade Center am besten Masken als zielgerichteter Loot gibt. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, eure Chance zu steigern, und zwar der Schwierigkeitsgrad. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, je höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann auch Coyotes Maske bekommt. Und warum ist das Jefferson Trade Center jetzt so wichtig? Ganz einfach deshalb, weil es hier einen Endbus gibt, der Coyote heißt. Und wenn ihr dann eben die zur Strecke bringt, das ist eine Sniperin, und dann habt ihr eben eine gewisse Chance, die Maske zu bekommen. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn euch der Guide weiterhilft. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben von euch. Schaut auch gerne mal bei mir auf Twitch im Stream vorbei. Ich stream ja mehrfach die Woche und da könnt ihr mir natürlich auch gerne Fragen stellen. Genauso könnt ihr mir die Fragen natürlich aber auch hier unter dem Video stellen. Und ansonsten gibt es hier jetzt noch zwei weitere Videos von mir. Und in der Mitte, da habt ihr den Follow-Button. Jetzt draufklicken, kostet euch keinen Cent und Support ist kein Mord. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier in The Division 2. Euer Latan. Musik Vielen Dank.